Wo willst du denn hin? Du hast doch hier schon alles unter Kontrolle. Flattershei, wir brauchen dich. Du musst endlich loslegen. Es tut mir leid. Es macht mich eben hier nichts wütend. Oh, meine Güte. Geht es dir gut? Willst du mich veräppeln? Ich meine, du bist echt böse und so, Walter. Aber wieso musst du einem harmlosen kleinen Glühwürmchen was zuleide tun? Sag schon, weil du nur ein riesengroßer Widerling bist. Hast du das gehört? Aus welchem Grund hältst du dich für sowas Besonderes? Dass noch nicht einmal die normalen Regeln der Höflichkeit für dich gelten. Warum legst du dich nicht mit gemattem Enteinandergröße an? Meine Männer! Meine Männer! Und wieder einmal wurde der Tag gerettet von... Oh! Oh! Oh!